Moin, hier ist Martin Jott. Neben mir sitzt Sascha Tromsen. Wir draften heute das Bananen-Format. Hallo erstmal. Ja, wir sind heute aber auch im Bananen-Draft. Wir haben jetzt hier unser erstes Booster und da gibt es ein paar schöne Karten drin. Ja, auffällig ist auf jeden Fall, dass man eigentlich eine einzige richtig gute Kamen hat, das ist Narcolepsy, die auch nur in der richtigen Farbe ist. Ja, und Artisan. Ich finde Artisan cool. Ja, aber ich finde Artisan nicht so cool in dem Format, weil man eigentlich dafür grün sein will und grün eigentlich immer völlig overdrafted ist. Ja, im 4-3-2-2-Draft mögen die Leute offensichtlich viel grün. Ja, ich mag blaue Karten, du anscheinend auch. Ja, ich würde auch auf jeden Fall die Narcolepsy nehmen. Ja, vielleicht kriegen wir wieder vier. Ja, mal schauen, eher nicht, aber man weiß es ja nicht. Ja, okay, schnappen wir uns auf jeden Fall schon mal. Ja, ja. Ja, ich habe das Format lange nicht mehr gezockt, aber die Karte schmeckt, das weiß ich noch. Aber ich glaube, mit dem Deck haben wir sogar irgendwie versagt. Aber ich wurde ja geforscht in den Kommentaren letztes Mal wieder. Dieses, oh. Ja, ich glaube, da haben wir alles richtig gemacht. Ja, hier gezockt. Ja, das ist eine schöne Sphinx. Irgendjemand wollte die Rare nicht nehmen, die Ankern sind auch noch alle da, da ist einmal schiefgelaufen. Ja, gibt es da irgendwas, was man nehmen will über die Sphinx? Offensichtlich nicht, oder? Es gibt sowieso fast nichts, was man über die Sphinx nimmt. Und was ist denn auch ein guter Karten im Booster? Nix. Nö, man hält halt, das Ramp ist halt da, der Undo Giant und das Battlement, aus als mittelmäßiges Removal und Spawning Brass, aber es kommt dann nichts rein, sonst weiß ich nicht. Nee, ich überlege gerade, was er wohl genommen haben könnte, aber... Ja, vielleicht war die voll drin oder so, oder... Ja, das kann halt sein. Oder Präferenz auf Entdeadter oder Stacker-Schock gehabt. Es gibt immer sehr Präferenz-Kraft. Ja, stimmt. Ja, okay, nehmen wir relativ schnell die Sphinx und freuen uns. Aha, da ist ein Spion. Richtig, und ein Crusher. Aber das ist für mich einfach eindeutig der Spion. Spion ist eine super Karte. Ja, und wenn er dann erstmal Ultimate ist, dann ist er auch ziemlich hart am Metzeln. Richtig. Die Rare kann man gleich vergessen, natürlich. Ja, Tim findet die cool mit irgendwas. Ich möchte sie auch immer gerne spielen, aber würde ich halt klappt es halt nie. Ja, okay. Auch hier wieder relativ einfacher Pick. Jetzt haben wir ein neues Booster und da ist ein Evolving Wiles drin. Dazu noch ein Growth Spasm, wir haben aber relativ viel Grün gepasst. Wenn wir überhaupt was gepasst haben, deshalb möchte ich eigentlich Grün vermeiden. Okay. Und den ist Orange Strike, nehme ich aber nicht in Blau. Also das ist eine Karte, die möchte ich vielleicht haben, weil ich das Killfind-Deck habe, aber das will ich eigentlich auch nicht haben. Ich hatte das mal im UW-Level-Deck und fand es nicht so schlecht. Also es war ein schlechtes Sealed-Deck mit ein paar Levelern. Naja, also jetzt sind wir ziemlich blau. Die offensichtliche Farbe dazu wäre weiß oder dann schwarz, nehme ich an. Richtig, ja. Und Grün nicht so? Nee, Blau-Grün würde man eigentlich nie sein. Okay. Also wir nehmen einfach mal das Land hier, würde ich sagen. Und gucken, was noch kommt. Blumenhunter wäre, glaube ich, so zweite Wahl, oder? Ja. Ich denke schon. Okay. Ja, die Sphinx hat ja auch nicht so schöne Mana-Kosten. Ja, so hatte ich mir das vorgestellt, wenn man Blau draftet. Ja. Und kriegt einen relativ späten Skywatcher-Adapt. Ja, ist ziemlich gut. Ja. Sonst hat der Booster halt einen Zyloport-Enforcer als noch ganz gute Karte. Und das ist schon das zweite Syrael-Memoars. Das kann mal schief gehen, wenn man da gegen das falsche Deck rennt. Aber es kommt da nichts in den Skywatcher dran. So, da ist die Mauer, die ist ziemlich gut. Und da ist Induced-Spair. Achso, und Induced-Spair auch da, ja, stimmt. Ja, da will man bestimmt das Removal haben. Ich denke auch. Und dann sind wir schon wieder UB, wie im letzten Draft auch. Aber diesmal sieht es deutlich aggressiver aus eigentlich. Ja, also man kann überlegen, ob man die Mauer da auch nimmt. Aber ich sehe überhaupt nicht, dass man das Removal nicht nehmen will. No. So, aha. Diese Karte ist semi-interessant. Die ist auf jeden Fall nicht unplayable. Yul Umbra ist irgendwie so ein ordentlicher Füller. Genau. Die Mauer will man eigentlich in so einem aggressiven Deck eher nicht so haben. Das sehe ich im Augenblick ein bisschen anders. Ich sehe im Augenblick, dass wir zwei aggressive Kreaturen haben. Achso. Ich bin noch nicht sicher, ob wir das aggressive Deck sind. Das sind auch beides Kreaturen, die im Late-Game noch gut sind. Und ich würde schon zur Mauer tendieren. Alles klar. Essence-Feed hat mich so ein bisschen überrascht. Bei der Pro-Tour meinten einige, das wäre so die coole Karte. Ich dachte immer, die wäre ein Playable. Was sagst du so dazu? Ich weiß es nicht so recht. Ich bin jetzt auch schon mal gekillt worden. Ich war auf 9 Leben. Hat er drei Stück davon gespielt mit seinem Lex-Manner. War halt Quatsch. Aber man nimmt ja schon die Mauer da. Nehmen wir mal die Mauer. Passt auch wieder gut zum Induce. Hier haben wir den geilen Skorpion. Ja, oder das Label. Und den Counter. Oder das Parish scheidet eigentlich aus. Man hat die Wahl zwischen Counter und Skorpion. Finde ich Skorpion eigentlich viel besser. Okay. Ja, da ist der Fettwurm. Ja, und unser Kommasowa ist getabelt. Ja, und der Softshade. Den fand ich am Anfang awesome, aber dann ist mir aufgefallen, der ist eher scheiße. Ja, er frisst ja das Ganze mal an. Also, ich spiele ihn eigentlich auch sehr, sehr ungeil inzwischen nur noch. Und würde wahrscheinlich auch zum Wurm tendieren. Wünscht mir aber, dass er nicht im Deck ist. Also, ich mag ihn eigentlich überhaupt nicht, aber... Ja, sehe ich auch nicht, warum man den... Oh, hallo. Ja, das ist eine Null. Ja, die wird auch genommen. Okay. Sollen sie doch das Mauer-Stack bauen. Ja. Na, hier ist nichts mehr am Start. Klar, kann man nehmen was. Die findet... Wie heißt der denn? Nico Broni toll. Ist aber in Wirklichkeit Harry Bad. Ich sehe auch nicht, dass man die jemals spielen kann. Okay, nehme ich einfach mal schwarze Karte und halte sie relativ schnell. Ja, da nimmt man dann doch den Disorient Strike. Oh, überschwivel. Oh, okay. Da ist er gerade. Immer nur so Farben sind da. Ja, genau. Tappen wir mal 4. Und das hätte ich mal nicht nehmen sollen. Finde ich übrigens eine sehr schöne Karte eigentlich des Ancient Steerings. Verstehe nicht, dass die so lange immer tabelt. Boah, aber wenn man mehrere Crush hat, auf jeden Fall, der wäre gut. Bestimmt schon. Ja, sieht doch ziemlich geil aus, unser Deck, muss ich mal so sagen, nach dem ersten Booster. Ja. Aber... Man kann vor allem aussehen, im dritten werden wir weiter Blau kriegen. Mhm. Mal sehen, was jetzt so passiert. Wir haben eigentlich auch ein Biss auf eine Mauer, nichts gepasst im Blau. So. Da ist ein Goma Zor. Ja, dann haben wir noch eine Wall und ein Regress. Und das sind so die interessanten Karten. Oh. Erogan Bloodlord finde ich auch ziemlich stark. Echt? Allerdings nicht in dem Deck. Okay. Also siehst du den so wie ich als Mauer? Oder... Ich sehe den eigentlich als Mauer, die aber auch relativ oft angreifen kann. Gerade in rot-schwarzen Decks, wo du dann so mit Last Kiss oder auch mal mit so einem Fork Bolt die Token wegschießt. Also ich mag sie sehr gerne, die Karte. Aber hier ist, glaube ich, die Wall zwischen Regress und Guard Goma Zor. Ich finde Goma Zor ein bisschen cooler, muss ich mal sagen. Ich tende ja auch zur Goma Zor. Okay. Das spricht wieder dafür, dass vielleicht doch nicht das super aggressive Decks sind, aber das hat sich in den letzten Pics ja eh so ein bisschen klargestellt. Ja, dann ist der Spion halt ein bisschen viel am Platz. Der ist immer noch gut. Okay. Nehmen wir das Guard Goma Zor. Oh. So. Was haben wir denn hier? Dann mit Vendetta. Vendetta, das ist auch einfach die stärkste Karte im Booster. Ansonsten ist da nicht viel. Hast du ihn schon mal Ultimate aktiviert? Ne. Okay. Du, oder? Ne, noch nie gehört. Also nie gesehen. Null Champion ist eine gute Karte natürlich. Kommt aber auch nicht an Vendetta ran. Ja, nimmt man einfach das Vendetta. Passt auch zur Mauer. Ja. Noch nicht mehr knapp. So. Was haben wir denn hier? Das ist ziemlich awesome. Ja. Dazu haben wir halt noch eine Dread-Drohne und eine Il-Umbra. So als Karten, die uns interessieren eigentlich. Nimmt man eigentlich Hedron, oder? Ja, ich sehe auch nicht, dass man da die Dread-Drohne nimmt. Ich meine, das Mana wird jetzt nicht so toll sein in unserem Deck, aber macht halt immer noch den neuen Mana Concentrate. Kann man auch gelten lassen. Und man darf auch nicht vergessen, dass es mit der Mauer zusammen einfach auch immer die Instance dann direkt wieder spielen lässt. Mhm. Oh, okay. Nehmen wir mal Hedron. Da ist noch eins. Und ein Teacher. Zum Teacher haben wir eigentlich einen Adapt und Spy Patrol. Das ist noch ein bisschen wenig. Andererseits will ich aber auch keine zwei Dreamstone-Hedron zum Deck haben. Ne, auf keinen Fall. Ja. Wollte ich sagen, nehmen wir mal den Teacher, ne? Ja, und gucken, was noch kommt. Und schwarz-blau soll es da so einige Level-Kreaturen geben. Ich hoffe ja, dass noch ein paar Wave-Watches kommen. Ja. Die will man ja nicht immer sehen. Okay. Ja, da nimmt man trotzdem, glaube ich, dann einfach mal. Was ist da noch? Wahrscheinlich der zweite Guard-Gormazur. Das ist ein Gormazur-Teacher. Der Warmbunga-Chariot ist auch gerade mit dem Guard-Gormazur. Das ist echt eine coole Karte. Ja, davon bekommt man eh immer unendlich. Aber es gibt ja auch Leute, die First-Picken den. Habe ich auch von gehört. Ja, ziemlich schlecht, aber... Ne, also den zweiten Teacher will ich nicht haben, weil wir haben einfach noch kein Level-On. Der Guard-Gormazur ist einfach eine super Kreatur. Okay. Ja, nehmen wir. So, da ist ein Echo-Made. Das ist eigentlich meine absoluten Lieblings-Karten in dem Format. Ja, aber wir haben nichts dafür, merkst du selber. Ein Vendetta. Ja, aber guck dir mal den Bus da an, da ist da sonst nichts drin. Ja, stimmt. Der Scudler sieht schlecht aus und ist auch...